Seit gut 1600 Jahren hat sich die sogenannte Drei-Speichen-Regel bei der Vermögensanlage bewährt. Sie geht auf den jüdischen Gelehrten Rabbi Jirak oder Isaak, je nachdem wie man es phonetisch interpretiert. Jedenfalls geht es auf diesen jüdischen Gelehrten zurück, der im vierten Jahrhundert im babylonischen Talmud sagt, stets teile ein Mensch, sein Geld in drei Teile, ein Drittel in Grundbesitz, ein Drittel in Waren und ein Drittel in seiner Hand. Dabei erklärt er, dass man das Geld einbinden und in die Hand nehmen soll. Wörtlich heißt es, obgleich es eingebunden ist, musst du es in deine Hand nehmen. Aber was genau ist damit gemeint und wie genau funktioniert die Drei-Speichen-Regel überhaupt? Und gibt es vielleicht noch eine weitere Speiche? Nach einem kurzen Intro geht es weiter. Hallo, schön, dass ihr dran geblieben seid. Nach der Drei-Speichen-Regel wird das Vermögen in drei jeweils gleich große Teile eingeteilt. Ein Drittel in Immobilien, ein Drittel in Wertpapiere und ein Drittel in Edelmetalle. Denn bei diesen drei Anlageklassen verhält es sich so, dass sie miteinander nur sehr schwach oder gar nicht korrelieren. Bildlich gesprochen handelt es sich um ein robustes Rad, das sich genauso dreht wie das Rad der Geschichte. Mal schneller und mal langsamer. Aber in jedem zeitlichen Zyklus steht eine Speiche des Rates mehr oben und eine mehr unten. Auf die Welt der Finanzen übertragen steht also eine Vermögensklasse relativ hoch und eine andere relativ niedrig im Kurs. Die Regel besagt, dass immer die Klasse verkauft werden soll, die hoch im Kurs steht, um in die im Kurs niedrig stehende Klasse umzuschichten. Dabei kommt es darauf an, die Märkte mittel- bis langfristig zu beobachten, denn es ist nicht im Sinne der Drei-Speichen-Regel ständig eine Umschichtung zu praktizieren, allein schon um die Nebenkosten möglichst gering zu halten. Die Drei-Speichen-Regel basiert auf dem Grundsatz der Diversifikation, also einer möglichst breiten Streuung der Risiken, um eben solche in der Summe zu minimieren. Durchaus können die einzelnen Bausteine der Speiche oder der Speichen auch je nach Risikoneigung oder auch der persönlichen Affinitäten des Anlegers in ihrer Größe variieren, aber langfristig sollte sich das Rad gleichmäßig drehen können. Immobilien, Aktien und Edelmetalle, das ist im Grunde genommen das ganze Geheimnis einer erfolgreichen Vermögensanlage. Und es ist wie so oft die menschliche Neigung der Gier, die diesem sehr simplen und vielleicht auch langweiligen Ansatz oft im Weg steht. Einem Ansatz, der sich bereits über Generationen von ganzen Königshäusern und wohlhabenden Familien hindurch bewährt hat. Besonders wichtig ist der Hinweis, dass über die Drei-Speichen-Regel hinaus über eine Geldreserve in Höhe von mindestens drei Netto-Monatseinkommen verfügt werden sollte, um unter anderem unvorhergesehene Ausgaben bezahlen oder auch um eine kurzzeitige Arbeitslosigkeit überbrücken zu können. Persönlich halte ich eine Reserve in Höhe von einem Jahr Haushaltsgeld inklusive Mietaufwendungen oder Hypothekenzinsen für eine gute Größe, um eine psychologisch positive Haltung zu wahren. Aber das liegt ganz im persönlichen Ermessen. Und wo wir beim persönlichen Ermessen sind, möchte ich zum Abschluss noch auf eine vierte Speiche bei der Vermögensanlage eingehen, nämlich Anlagediamanten. Insbesondere in Krisenzeiten, beispielsweise auch im Zuge eines Goldverbotes, haben sich Anlagediamanten als an dem Gold ebenbürtiger Sachwert behauptet und als optionale Ergänzung zur Edelmetallspeiche bieten sie zusätzliche Stabilität durch Diversifizierung. Es ist der im wahrsten Sinne des Wortes harte Kern des Vermögensportfolios. Nach meinem Ermessen sollte der Anteil in Anlagediamanten unter anderem in Anbetracht des sehr langfristigen Zeithorizonts von mindestens 15 bis 20 Jahren maximal 10% der gesamten Anlagesumme betragen. Also jeweils 30% des Vermögens angelegt in Immobilien, in Aktien und in Edelmetallen und 10% in Anlagediamanten. Exklusive einer Liquiditätsreserve in Höhe von mindestens drei Netto-Monatseinkommen. Derart aufgestellt ist das Rad nicht mehr zu stoppen. In aller Ausführlichkeit habe ich Diamanten als Wertanlage in meinem Buch Steinreich mit Diamanten beschrieben. Basierend auf meiner langjährigen Erfahrung in der Diamantenbranche versuche ich in diesem Buch auch die allgemeine Angst vor künstlichen Diamanten zu nehmen. Edelsteine sind wie auch Edelmetalle eine echte Chance. Wenn ihr allgemein in Bezug auf Finanzen informiert bleiben wollt, dann abonniert jetzt diesen YouTube-Kanal. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Wir sehen uns dann sehr gerne im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute, auf bald!